Hallo, ich bin Safi aus Berlin-Kreuzberg. Hallo, ich bin Marius. Hallo, ich bin Anna, ich wohne in Berlin-Kreuzberg. Ich habe mal in Kreuzberg gewohnt und würde auch gerne wieder dahin, weil ich es einfach liebe mit seinen Kanälen und seinem grünen Umfeld. Was ich besonders gerne an Kreuzberg mag, dass man hier zu jeder Tag- und Nachtzeit auf die Straße gehen kann. Es ist immer was los, man findet ganz viele verschiedene Angebote, sowohl große Grünflächen, Cafés und Kultur. Also eigentlich alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Berlin ist einfach meine erste Adresse.